Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei NS15 hier auf der Karte Old Streams V2. Ja, ich weiß nicht, warum er das so macht, wie er es macht, aber... Ich denke mal, da wird sich schon was dabei denken. Tut doch... Okay. Naja, wir werden sehen, ob er dann nochmal ein bisschen nacharbeiten müssen. Ich weiß auch nicht, warum ich hier gerade hin wollte. Ich glaube, den wollte ich jetzt nochmal einfach nur einlagern. Ach, warte mal. Die hatte wieder eine spezielle Starttechnik. Mein kleiner Porsche. So. Uiuiuiui. Okay. Wollen wir das mal hoch hier. Na, die Dame, wo musst du denn hin? Aber Lichtmarker hier auch nicht, ne? Ich merke gerade hier die Frame-Einbrüche. Schade, schade, schade. So. Der Hof war immer noch rechts. Klar, wir könnten auch noch was verkaufen. So ist es nicht. Aber dann will ich hier auch wenn auch einen vollen Anhänger wegbringen, ne? Und hier mal so einen kleinen. Wir sind auch immer noch auf der Suche nach einem... Ich bringe mal das Licht wieder aus. Das geht so nicht. Nach einem größeren Traktor. Und dann haben wir noch den IHC gemietet. Die müssen wir dann mal weiter pressen. Hier ist das Licht an oder aus? Aus. So, dann freut sich das, was wir da sind. Ne. Ist doch nicht. Ach so, hinten. So. Der hat ja so viele... Der kann so viel durchschalten bei dem. Mit dem Licht. Schon toll. Schon toll, ne? Ja. Schon toll, ne? Schon toll, ne? die blinker piepen immer so das war es ja erstmal hier mit der ernte das heißt wir können mal das tor wieder zumachen gut aber die entnahme ist ja eh dann woanders ich weiß gar nicht ob man auch raus schaufeln kann das müsste auch gehen geil wo das plong am ende fehlt du machst das schon der war jetzt fertig das ist auch völlig abgetankt da war jetzt nur die frage mit dem schneidwerkswagen muss jetzt glaube ich entschieden dass wir den nicht benutzen der muss ja auch unbedingt vom feld hier weiter pressen wollen so und der muss ja jetzt zu feldnummer 7 oder fällt mir eigentlich wollte mal gucken ob da was drauf ist was war glaube ich nicht so ganz ersichtlich hier auf der karte kleiner geht es echt nicht noch 7 aber anscheinend da ist nichts drauf da wird nichts drauf sein glaube ich nicht wenn man die kiste erstmal nach hause das kommt dann vorbei der ist jetzt nur gemietet wie gesagt dann testen wir mal aus sonst müssen wir es halt mal so machen dann fahre ich den drescher im tier rüber und ach komm den bringen wir jetzt weg so viel zeit muss sein und wir müssen dann noch einen kopf machen um ja wie wir die beiden hier wegkriegen na jetzt falle ich mich fest hier und dann kann man auch mal zumachen ach ich liebe dies fällt warte mal wir probieren zwar mit differenzialen und co ja das wird was und zwar uns das haben einbauen lassen was mache ich jetzt wenn uns jetzt hier ein auto entgegen kommt würde schon wäre schon ohne schneidwerk schwierig also ich glaube ich fand den schnack den schleichweg aber da werden einige leute sterben müssen das ist auch doof ich versuche es mal da fällt mir an wir haben noch ein feld mit meistens was uns gehört ja wir brauchen schneidwerk sagen dann ist man beim shop vorbeifahren und uns mal aussuchen so kommt der jetzt noch um vergessen das ding auszuschalten oder was und das gleich mal an so den würde ich jetzt hier rein stellen ist das so ich kann ich kann nicht weiter raus scrollen jetzt das nicht so kann ich schneidwerk nicht runter lassen so ist passen hier kann erstmal stehen bleiben der alte sehen verkäufer und ja was macht der benz jetzt hier mal hier hat er jetzt nicht gesehen sehr merkwürdig jetzt hört er auf gut dann müssen wir mal kurz nachlegen so und los geht's ja vielleicht ist das feld nicht so genau erkannt und ich habe es auch nicht so richtig eingestellt das ist das erste mal dass ich Autotraktor benutze und naja wir werden es nochmal probieren so und noch die letzte Reihe hier das ist vernünftig sonst wächst da ja mittendrin was nicht immer doof aus auch nicht effizient ok so ich muss jetzt vorne nochmal gucken ich meine da war da war auch noch ein bisschen nicht gemacht genau das heißt ein bisschen da sind ja auch schon wieder zwei Runden hier also los geht's drei Runden sogar ich habe ja Vorgewände angemacht also ich weiß natürlich nicht wie er dieses Feld dann erfasst ne das keine Ahnung drehen wir nochmal und los geht's auf die Hände freue ich mich auch schon mit dem Hexler den kenne ich ja noch gar nicht die Mod die wir hier drauf haben da freue ich mich wirklich schon drauf da hochnehmen das Ding so das war's dann hier auch mit dem Feld das ist da die die das ist das ist sehr schön und da müssen wir nochmal gucken wegen dünn ähm Kirche haben wir hier noch nicht stehen, oder? wie ist das? ich will nochmal hier rumfahren, aber ich glaube ein Ding gibt es hier noch nicht müssen wir uns nochmal einen Platz für suchen ich meine der Platz hier wäre ja auch nicht verkehrt, ne? zum Kirchern ähm hm 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 oder was ist denn das Ding? Platz hier über Objekte, ne? doch, sie besitzen einen okay wo soll der sein? hm, so einen kleinen Waschplatz irgendwo so, den suchen wir eben nochmal das macht ja nur Sinn dass du hier irgendwo am Hof bist, ne? okay den Schafen geht's gut okay einmal abhängen, bitte hm na, ich bin zu dicht hier jetzt haben wir's ab okay Tür nochmal zu und wir gucken mal schnell rüber wo würde ich eine Kirche hinstellen? hm hier ist er nicht vielleicht auch eine Halle hier irgendwo oder so hm das sieht nicht gut aus ne, da hinter ist kein Platz ne, da hinter ist kein Platz oh, hier sind wir ja auch noch ein bisschen Platz, was? und das ist jetzt hier das Feld 7 und das ist jetzt ach, guck mal das ist doch äh, kein Gras das ist doch oder? das ist doch Gerst äh, Raps oder nicht? ähm tja Kircher ich weiß nicht wo der steht auf jeden Fall diese Unterstellmöglichkeiten hier und so also ich freue mich schon so richtig drauf das alles so voll zu packen ich glaube, da müssen wir mal irgendeinen Tag nochmal machen wo wir ein paar mehr Folgen raushauen hm oder vielleicht mal sogar einen Livestream aber da bastel ich noch ich muss mir ja diese ganzen Einstellungsgeschichten nochmal anschauen ja, ne ähm finde ich jetzt nicht das sind ja hier alle Dings da da ist ja komisch hier drunter vielleicht nö ja wer weiß wo der Kircher ist gerne mal drunter schreiben ähm äh oh guck mal hier ist ein richtiger Waschplatz deswegen ah schön gut dann müssen wir mal das Gewicht hier wegpacken ne und dann geht das hier los dann können wir hier ordentlich äh Trecker schrubben YouTube vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen hoffe ich macht's gut ciao auf wir tor